So, Video läuft. Es hat alles hinten weggebamst. Ich lieg unten. Ich glaub auch ne Benji ist auf dem Weg zu nehmen, ja. Ah fuck, Anigor von unserem Westen. Ich bin weg. Ah nein, der lässt mich durch, der Rolli. Was? Ich bin schon wieder tot. Du hast echt ne gerade gute Vogelperspektive. Anigor, das war's. Willst du sterben oder? Wir leben nochmal wieder, ey. Einmal und das konnte ich nicht. Übernehmt euch wieder, bitte. Wie komm ich zu euch? Ja, ja. Ich mach's noch nicht. Ich mach's noch nicht. Ey Cidi, du musst ja gleich unbedingt das Video mal angucken. Das sieht so geil aus. Ne, ich muss das wohl überleben. Du rennst über die Karte drüber. Was war das? Ja. In 15 Meter Höhe. In 15 Meter Höhe. Ja, da fand ich von mir. Nee. Ah. Ach nee. Crawling von rechts. Benji von rechts. Ach nee. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Mach's hier. Fuck. Hallo? Hallo. Nero. Du glaubst gar nicht, was wir am machen sind. Wir zocken, wir zocken gerade alle mit dem Level 1 Charakter auf Gold. Und wir sind schon Level 9. Welle 9. Nein. Hahaha. Wir haben einfach zu viele Raketen wie uns. Wir haben keine Raketen wie uns. Wir haben keine Raketen wie uns. Wir haben keine Riesen mehr. Nein, nein. Eine noch. Eine noch, eine noch noch. Denkt an ihn. Ich muss kurz werden wir sehen wie noch. Echt? Du bist ja immer neu. Ach, kack. Also ich bin tot. Cool. Jetzt tot oder halt tot? Dann. Also ich hab nichts mehr zu widerlegen. Was hast du denn da gehört? Bin, bin halb. Er ist wieder Maro Dörnern in der Nähe. Und, ähm, ich bin Roli glaub ich. Aber. Aniur kommt. Jetzt. Not. Scheiße. Der Gäste mit seiner Sicht ist ja ganz okay. Sollten hier nicht gebrochen werden. Wer? Draco war das. Das war Draco. Ja. Soll er nicht weg? Oh fuck. Scheiße. Also für mich hier, für mich ist eh die letzte Runde. Danach muss ich hier unterbauen. Ne. Bin weg. Es hat Leid gebumst. Ich kann mich noch einmal wiederbeleben. Aber ich. Ja. Herr Rohde steht genau auf mir draus. Naja, ihr habt sowieso genug probiert, würde ich mal behaupten. Scheiße. Hier bin ich. Fuck. Scheiße. Das ist schon eine große Meisterleistung, um dort in Welle 19 mitzukommen. Kannst du da nicht bleiben. Komm ab. Ich bin zu fett, wa? Ich hab den Aniur weggebumst. Neeeein. Ich hab den Aniur weggekommen. Ach. Ach. Da oben. Ach, ne. Ich geh da mal. Ah, läne. Ich geh da mal. Ah, lerne. Die kessen uns grad wie eine. Also da oben ist relativ ruhig gewesen. Oh, oh. Hat mal Ruhe. Oben ist ruhig. Oben ist ruhig. Oh, lado. Guck mal bitte hinter mir. Ich weiß nicht, ob da was kommt. Hinter dir ist nix, hinter dir ist nix. Deco, auch die Banshee kommt von hinten. Aber nicht, tatsächlich nicht. Jetzt dran vorbei. Achtung, andere Banshee, zweite Banshee. Get the fuck out of here. Leiter hinter dir, Leiter hinter dir, Leiter hinter dir. Nein, ich hab ihn, ich hab ihn gesehen. Was ist das? Oh nein! Keiner bei ne Rakete. Ne, aua, aua. Aua, tot, weg. Ne, das wars. Amigo? Wie spät sich die bei mir in der Luftrakette. Weg hier. Weg. Weg. Jetzt kommt er mit Raketen dabei. Jetzt, wo es alles spät ist. Keiner mehr da ist. Wenn er das schafft, ne. Das ist direkt. Da hat er jetzt schon über 100.000. Was zur Hölle? 104.000. Mit einem Level 1 Charakter, muss wirklich sagen. Hey, ich bin, ich bin zweiter. Ja, weil du ein bisschen beruhigt hast, weil ich jetzt tot bin. Ich war's der ganze Zeit letzter, also. Stimmt doch gar nicht. Doch. Er ist dir nicht letzter, du Nasenbär. Ja. So. Und ich war die ganze Zeit zweiter. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Aber mein Drell kann halt nicht fehlen. Ich hab auch schon scheiß Waffe mitgenommen. Und du bist die ganze Zeit durch die Luft am fliegen. Ja. Dein Wallhack. Geh weg. Ich hab nur die Mentes mitgenommen, weißt du. Und die, und die Bogenpistole. Die machen halt nicht den Schaden. Jetzt ein Raketenwerfer, ne. Andi, jetzt ein Raketenwerfer. Hast du noch einen, oder war das die letzte? Ja, das war der letzte. Also es sind noch zwei Verwüster, zwei Roni. Ja. Ah, die schaffst du doch, Mann. Wir haben nix drauf, Andi. Komm, die kommen in die Leiter, wenn ich runter. Also, die gucken ab. Ja, Verwüster können... Ja, ich würde erst die Verwüster ausschalten. Achtung, du bist Andi, Gott, schaff das schon. Ah, okay. Einfach ruhig, ich hab auch jetzt Ruhe, Mann. Ich steh mir grad so den, 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 äh... Den... Wie heißt, wie heißen sie nochmal, verdammter Hacke? Den Salarianer mit so'n Barret auf. Barret. Barret. Oh, fuck. So, so'n Monocle. Und ne Zigarre in der Fresse, hm? Ja, ne, Zigarre in der Fresse. Den hat er tatsächlich. Ja. Glaubst du. Ich glaub, ich muss mal so'n richtig cooles Pick machen. Mit meinem alten Parade. Mit der Zigarre in der Fresse. Mit dem anderen Profil wird er sein. Natürlich. Nein! Hast du noch? Hast du noch? Ja, er hat noch. Ach, das waren die Würmer waren dann. Das waren die Würmer. Na, die Viecher. Ja. Achtung, 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 Achtung! Ja. 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 war dann vergöttern wir dich übrigens wir müssten noch level 10 und die extraktion schaffen das jetzt macht er das auch noch spannend dem dinde was war das jetzt die leiter und er fällt nicht drauf rein Was ist das für einer? Rachnie, hat's ja Rachnie Wie viel hat der noch? Haha, 1-2-3 Woh, hahahahahahahaha Das hat sich gerade so angebildet als hätte es dir gerade einen gecoilt Ja Schlapp, 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 schlapp Ach guck mal wo ich steh Ohohohoho, das ist alles da hinten Dann auswählen sie das Ziel und setzen sie es außer Gefecht Der Gerät ist deaktiviert. Der Gerät ist deaktiviert. Ich komme da nicht raus, Nano. Das war für Karte. Einfach für Karte verteilen. Hier in eine Ecke. Guck mal da oben, der ist hier immer noch. Nein! Fuck! Oh nein, das war nur eine Bench! Nein! Wird eng, wird eng, wird eng! Geschafft! Alter! So richtig gefangen! Ja, ganz genau! Hahaha! Dran! Ok! Kamerad nicht weg! Das ist nicht fertig! Das ist nicht fertig! Haha! Sehr geil! Und noch eine XP! Ich rede hier die ganze Zeit über die Map! Forest Lau! Haha! Fogel! Ich würde jetzt sagen, wir sterben diesmal nicht. Wären alle, sind alle dabei! Hahahaha! Oh, du Mist! Hahahaha! Oh, du Mist! Hahahaha! Ich bin jetzt wieder da! Scheiße! Ich verrieg mir! Ich geh mal kurz weg! Jetzt zieht gar nichts ab! Oh mein Gott! Habe ich denn für eine Mission? Panzer brechen! Oh! Da steh ich doch noch ein! Läuft! Läuft! Ja! Ja! Dann geh nicht mehr auf den Sack, ey! Mach's noch auf Reise! Haha! Kann was anderes als ich nicht mal höher gehen? I'm so high! I'm so high! I'm so high! I'm so high? Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Wird alles wieder sehen! Nicht so gut! Medis kommt gleich! Haha! Medis kommt gleich! Ich hätte jetzt gerne was von diesem von diesem coolen Hustensaft! Ich sehe, wenn du noch die beiden Benchies, oder? Ja, ich glaub schon, ja! Hey, Anigo! Was ist denn hier? Hat einer von den beiden weniger? Ne, oder? Ja, ich hab' beide gleich nicht! Ich lade sie wieder auf! Kann das sein? Das klingt auch wie nichts! Ah, jetzt ist sie in der Ecke! Sehr schön! Ja, aber krass! Ja, aber krass! Ah, fuck! Ich hätte ja Sturbank getroffen, aber... Gar nicht! Also wenn die schreien, bin die wacke! Also die hat das keine Schlecken, die Leute! Also die hat das keine Schlecken, die Leute! Also die hat das keine Schlecken, die Leute! Haha! Ich hab von überall... ... die Tabeln... ... von überall... ... von überall... ... von überall... ... du siehst das eigentlich ganz einfach aufs Schreiten zu gehen, oder? ... ... von überall... ... von überall... ... von überall... ... die Schreiten... nicht hochkommt. Das kommt drauf an. Kannst uns unmöglich sein. Ähm, bei dem letzten Level würde ich gleich vorschlagen, einfach nur zu rennen. Richtig. Einfach nur. Oh, Herr. Kann ich mich wieder benehmen, Asini. Warum denn nicht? Kann ich mich wieder benehmen. Ich versuch's mal, ich versuch's mal. Alles klar! Danke. Weg da, Asini. Hier bin ich, hier bin ich, hallo. Doch, was schön auf die Tür ist. Ja, stimmt. Komm, noch was, noch was, noch was, noch was, noch was. Meiner. Alter, geschafft. Boah. Das muss in den Bergen weg. So, jetzt machen wir folgendes. Wir rennen jetzt einfach über die ganze Map wie die Bekloppten. Okay? Und lassen uns nicht treffen. Na gut. Das ist mein Ernst. Das ist mein voller Ernst. Aber ich kann mich auch nicht mehr wieder belegen. Ich hab gar nichts mehr, ne? Ich auch nicht. Ich bleib hier einfach in einer Ecke und wart, bis die kommen. Wir kommen aus der LZ und aus dem Haus daneben. Wir kommen aus der LZ und aus dem Haus daneben. Ich bin hier oben. Ich bin hier oben. Ja, aber... Highlights, ich bin hier oben. Ah, guck mal, ich bin eine. Kommt jetzt? Die müssen jetzt eigentlich da oben hochkommen. Jetzt ne Rakete, Mann. Ja, ne? Wo? Wo kommt der denn her? Scheiße. Nein! Nein! Wacht mal schön. Der LZ... Verdammt! Ich geh später. Jo, ich geh später. Ich geh jetzt die Kunden, ey. Ne, wir bleiben lieber nicht bei der LZ. Arno? Also rechts ist noch ein Rolling in der LZ. Schon reingeht? Alle rein, alle rein, 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 rein. Äh, er schwart über noch ein bisschen. Jetzt rein, rein, rein. Rein, 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 rein. Amigo! Echt? Alle? Volle? Volle Exfiltration! Ja. Tust du mal EA schicken, oder was? Schick das mal an BioWare. So geht's auch, wie uns schon. Genau, so geht's auch. Stufe 1 Charakter, ey. Scheiße! Macht irgendjemand hier einen Screenshot jetzt, ey. Arbeitet an eurem Schwierigkeitsgrad, irgendwie so. Arbeitet an eurem Schwierigkeitsgrad. Genau, wir brauchen noch ein, äh, Platin-Level. Ein Diamant-Level, oder? Wo alle Gegner gleichzeitig auch... Ja, genau. Es macht noch schnell einen Screenshot, schnell! Es ist dunkel. Eingemacht. Immer noch einen gemacht. Voller Ex, alles Gold, sehr schön, ey. Boah, fett. Da, Stufe 3. 4. 5. Bei 6, Alter. 6. Stufe 6. Alter. 377.000 EP. Dann geht's bis 12, passt auf. Stufe 8. Stufe 9. Stufe 11. Stufe 11. Stufe 10 hab ich. Oh, Alter. Für Gold? 75.000, ey. Eigentlich hätten wir dafür, ähm... 100.000 oder so mehr kriegen. Und als Premium Inspector Pack. Jetzt kann ich schöne Screenshots für meine Medaillen machen. Toll. New Widow. Kettenwerfer. Toll. Jetzt krieg ich Kettenwerfer, klar. Alter. Übergriff, voll hoch pushen. Mh, Schaden. Mann, sind wir gut. Der SCien hat mich sogar noch überholt. Verdammte Hacke. Ja, ganz knapp, aber nur. Alter, Cheetah. 30 Punkte zum Skillen. Je, das macht Bock. Ja, ich auch. Hm. So, ich... Wo ist der Lobby raus? Nein! Verdammt. Nein! Arno, mach doch einen auf. Ich... Ich will jetzt grad... Erstmal... Muss ich mich ein bisschen sortieren. Ah... Weil... Ich komm grad überhaupt nicht mehr klar. Ich bin voll... Uh... Ah... Ah...